Hallo Twister Nation und Fans des American Football Willkommen zur zweiten Staffel von Hey Coach Nach dem tollen Feedback 2013, auch 2014 hier vom Beach Informationen rund um die Twister Mit den Seniors fangen wir am Sonntag an mit der Saison 2014 Für unsere Seniors geht es dann hier auf dem heimischen Beach um 16 Uhr am 27.04. gegen die Frankfurt Universe Wird ein schweres Spiel, ein schwerer Auftaktgegner Aber wir freuen uns auch drauf, denn Universe bringt viele Fans mit Haben tolle Spieler, haben viele gute Neuzugänge Und wird mit Sicherheit eine harte Nuss für uns Aber auf dem Feld liegt die Wahrheit Und deswegen freuen wir uns auf dieses Spiel Und hoffen natürlich auf viele Zuschauer, die kommen und uns bei hoffentlich gutem Wetter unterstützen Unsere Saisonvorbereitung für die Saison 2014 Verlief eigentlich wie die letzten Jahre auch Wir hatten wieder zweimal unseren Pro Day Wo wir hier Gastcoaches von anderen Teams und von der Nazio begrüßt haben Das waren unter anderem Dohan war da Und Patrick Gesume war da Wlade Ilic war da Markus Kran von Dresden Monarchs war da für die O-Line Dann hatten wir beim zweiten Pro Day die Innsbrucker Coaches da Die mit unseren Jungs gearbeitet haben Das ist alles sehr auf Basics ausgelegt Aber das ist eben sehr wichtig für mich, dass wir daran arbeiten Dann hatten wir auch das Trainingslager bei den Swarco Raiders im März Das war jetzt das vierte Mal, dass wir bei den Raiders waren War wieder mal bombastisch an dieser Stelle Danke Raiders, danke Schuhe noch mal War wirklich toll Was für ein Speed die gehen ist einfach unglaublich Da kann man sich nur dran ergötzen sozusagen fast Wie die da spielen Macht wirklich Spaß und hilft uns auch Und dann hatten wir noch ein Vorbereitungs-Scrimmage mit Freiburg Das war vorletzte Woche Da hatten wir dann auch nochmal ein paar Erkenntnisse Und war auch gut für uns im Sinne dahingehend Dass man da gegen andere Häme mal spielt Gegen andere Defense Und die Calls anders sind Irgendwann wenn man nur gegen die eigene Defense spielt Oder nur gegen die eigene Offense Dann wird das irgendwann doch Ja, eindimensional Im Gegensatz zu unseren Seniors Die ja erst am Sonntag anfangen Sind unsere Juniors schon in der Saison Die hatten jetzt schon drei Spiele Wovon sie die ersten zwei gewonnen haben In Nürnberg und in Freiburg ziemlich deutlich Jetzt am vergangenen Wochenende Hatten sie ein tolles Spiel in Stuttgart Ich glaube 34-33 ging es aus Haben eigentlich den Touchdown zum Anschluss gemacht Und ich finde es gut Dass sich die Coaches dann dafür entschieden haben Auf zwei Punkte zu gehen Ich glaube nicht, dass die Twister Schon mal in Stuttgart gewonnen haben Mit den Juniors Ich fand es gut, dass sie den Mut hatten Und den Sieg wollten Und bin mir auch ziemlich sicher Dass die Jungs Eine wirklich tolle Saison spielen Die spielen übrigens das nächste Spiel Hier vor den Seniors am nächsten Sonntag Am 27.04. um 12 Uhr Gegen Schwäbisch Hall Das heißt, das ist dann gleich der nächste Kracher Aber hier auf der Beach Auf dem Kunstrasen ist alles möglich Die anderen Teams mögen es nicht hier zu spielen Wir trainieren hier drauf Deswegen Ja, also die Jungs spielen bisher wirklich eine tolle Saison Ist auch ein toller Jahrgang Jetzt mit vielen Seniors Im Jugendbereich Das heißt, Spielern, die ihr letztes Spiel Ihre letzte Saison haben Und ja Ich bin mir ziemlich sicher Dass dieses Jahr für die Juniors Wirklich viel drin ist Ja, unser Prunkstück Hier im Twister-Football Unsere Flaggys Also die Kids Dafür gibt es eigentlich fast keine Worte mehr Nachdem sie letztes Jahr Auf dem Feld Deutscher Meister wurden In Hildesheim Haben sie jetzt Im Winter Jetzt im Frühjahr Sind sie Bavü-Meister geworden Dann haben Damit haben sie sich für die Deutschen Meisterschaften In der Halle qualifiziert Die Deutschen Meisterschaften Fanden Anfang April in Schwäbisch Hall statt Ja, und auch da haben sie gewonnen Das heißt, unsere Flaggys sind momentan amtierender Deutscher Meister auf dem Feld Und in der Halle Und in Baden-Württemberg Also Die Spieler und die Coaches Und die Leute, die da drumherum sind Viele davon Eltern Die machen echt einen Bombenjob Und das ist echt wirklich unser Prunkstück Unser Aushängeschild Und ist eigentlich auch ganz wichtig für uns Denn Das ist ja eigentlich die Saat Für die Zukunft Die da gesät wird Und An dieser Stelle nochmal Glückwunsch an die Flaggys An die Spieler und Coaches Hier zum Gewinn Der Deutschen Meisterschaft Im Indoor Wirklich tolle Sache Ihr macht da echt einen tollen Job Und Glückwunsch hier auch von meiner Seite Dann haben wir ja auch noch die Twister Ladies im Football Programm Hier ist es so, dass wir uns mit dem Team dafür entschieden haben In 2014 ein Aufbaujahr zu machen Wir hätten in die Saison gehen können Wir waren zwar genug Spielerinnen Wir hatten zwar genug Spielerinnen Aber Ziemlich viele neue Und es war wirklich gerade an der Grenze Das heißt, wenn einer ausgefallen wäre Oder zwei Dann wäre das eigentlich nicht mehr machbar gewesen Und deswegen haben wir uns mit den Coaches Mit den Spielerinnen Wir hatten da ein Teamabend Wo wir hier im Vereinsheim zusammensaßen Und darüber gesprochen haben Und die mit den Spielerinnen das diskutiert haben Und alle zusammen uns entschieden haben Dass wir lieber ein Aufbaujahr machen Was natürlich sehr ärgerlich für die anderen Vereine ist Die Damen Football anbieten Denn es sind eh wenige Das heißt, jedes Team, das da ausfällt Tut doppelt weh Wir werden jetzt Sobald das Wetter hoffentlich konstant gut wird Dann anfangen mit Tryouts Und Aktionen Promoaktionen für die Mädels Damit das auch wieder voll in Gang kommt Denn wir wollen das definitiv nicht aufgeben Und werden es auch nicht aufgeben Es ist eben ein Überbrückungsjahr Das wir jetzt eingehen wollen und werden Und ganz klar ist Ziel 2015 die Mädels wieder an den Start zu bringen Wir wollen dieses Jahr einige Vorbereitungsspiele Scrimmages Derart solche Sachen machen Vielleicht ein Trainingslager Damit die Mädels da am Ball bleiben Und wir wollen das auf jeden Fall weiter pushen Denn die Mädels sind wirklich Teil der Twister Im Laufe der letzten zwei Jahre geworden Die bei deren Heimspielen Also ich will nicht übertreiben Aber da waren wirklich viele Leute Ich glaube 200, 300 bestimmt Weil die halt auch Viele Familienangehörige mitbringen Und Freunde und Fans Also es ist schon wirklich toll Macht Spaß mit den Mädels Und Das wollen wir auf jeden Fall erhalten Und deswegen Werden wir da Jetzt im Sommer Vollgas geben Promoaktionen fahren Wollen ein paar Vorbereitungsspiele haben Und Werden das auf jeden Fall pushen Und deswegen Würden wir uns natürlich auch hier Für das Team Über einige Neuzugänge freuen Das heißt Wenn ihr Interesse habt 16 oder älter seid Und Football mal ausprobieren wollt Kontaktiert einfach Coach Dennis Die Kontaktdaten stehen auf der Homepage Und Kommt vorbei Im Training Also Twister Nation Wir freuen uns Euch auch 2014 Wieder mit Informationen Hier vom Beach Aus Halsgerling Präsentieren zu können Hier an dieser Stelle Auch mal vielen Dank An Patrick Der das letztes Jahr schon gemacht hat Und wirklich hier immer Professioneller aufzieht Wie gesagt Wir werden wieder jede Woche Nachbericht Und Vorbericht Zum Spiel bringen Und euch auch Nicht nur über die Seniors Was erzählen Sondern auch über die anderen Teams Und drumherum Und Bleibt einfach dran Kommt zum Spiel Sonntag 27.04. um 12 Uhr Die Juniors Gegen Schwäbe Schall Und danach direkt im Anschluss Um 16 Uhr Gegen Frankfurt Universe Wir würden uns über Viel Unterstützung freuen Und Ja Bleibt dran Hier auf Twister TV All Bis zum nächsten Mal.